ich 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 wir müssen natürlich geradeaus und dann links halten ich jedes Mal vermisse ich hier kurz ein Mikrofon ein bisschen rumspielen der Arm so ein bisschen in den Bildschirm reinhakt ähm ich vermisse einfach immer den fucking Mini-Bildschirm, ein Mini-Bildschirm sag ich schon, die Mini-Möppen die Waffe ist schon cool sollst du einfach fremde Leute anspringen ähm da links war ich da hätten wir wahrscheinlich auch runterspringen können kein Benehmen haben die Spucken Leute anspringen Leute an kein Benehmen haben die Spucken Leute anspringen Leute an äh du musst ja den Weg immer wieder lang gehen und dann spawnen die immer wieder neu das ist echt ein bisschen arg nervig oh scheiße ich hab fast kaum noch Munition für die Waffe ich hab fast kaum noch Munition für die Waffe ich hab fast kaum noch Munition für die Waffe ach die Dinger muss ich eins haben oder was ähm 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 ja ähm ähm ja ähm 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 Oh, das ist das? Ah, das ist das? Ah! 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 Ah, ich kann mich jetzt schon mehr. Alter, die machen mit einem fucking Schlag machen die meinen fucking scheiß Schild kaputt. Ich glaube, das ist dieser Schleim, der mein Schild kaputt macht. Ich glaube, das ist dieser scheiß fucking Schleim. Ich glaube, hier oben lag noch Medikits. Ich bin fast Level 10, dass ich die andere Waffe mal ausprobieren kann. Aber die Viecher könnten ruhig mal ein bisschen mehr Heilung troppen. Das wäre ganz geil. Was? Die haben keinen Schaden genommen. Kotzen. Was? Ständig stark. Nice! Äh, warte mal. Ich muss was ausprobieren. Nee, ähm... Äh, ich hoffe, das waren alle. What? 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 Ah, Gott sei Dank. Schnauze. Dich hat keiner gefragt. Da unten war da noch irgendwie so ein grüner Haufen, oder? Ach da. Ah, ich hab erst 3 von 8. Was zum Teufel ist das? Das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ah, kommt her. Was ist das denn? Ich wollte mal grad testen, ob das wirklich so ist, dass der mein Schutzschild down zieht, aber... Was ist das denn? Die tropfen auch viel weniger Munition. Am Anfang hat die viel öfter Munition getropft, die Viecher. Ich hab vielleicht... Ahhhh. War vielleicht ne ziemlich dumme Idee, hier rüber zu springen. So, was haben wir denn hier? Oh, da war da vielleicht keine so dumme Idee. Von dem Zeug kann man nie genug haben. Ja, nehm auf. So, was haben wir denn hier? Ja, die sind zwar alle ein bisschen höher als ich sie benutzen kann. So, was haben wir denn hier? 6 7 1 2 2 3 3 So, die Hälfte Hammer. Vier Stück brauchen wir noch. Troppen viel... Troppen viel weniger... Waaah, ich hab dir wenigstens auf. WTF? Alter! Fick dich doch! Ach, das sind Medi-Ampulen. Ich hab mich ganz gut gewundert, warum die nur so wenig Leben hinterherstellen. Da muss man weiter... Ich glaube da, wir brauchen noch. Zwei Stück brauchen wir noch. Was ist das vorletzte? Da wieder eine Kiste. Das hilft! Jetzt haben wir hier! Combat Weifel. So, wo müssen wir denn zum Letzten hin? Irgendwo da oben, oder? Hab ich das übersehen? Ich glaube, das hab ich tatsächlich übersehen. War ich so im Killrausch, dass ich es einfach wirklich übersehen hab? Ähm, die Frage ist... Wie komm ich jetzt zurück? WTF? Hä? Hä? Ich hasse so ne Scheiße, ey. Ich hasse so ne Scheiße. Ey, ernsthaft, dass der da nicht hochkommt? Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ah, bei sowas krieg ich immer schlechte Laune. Soll ich denn wieder zurück? Als ob man hier nicht wieder zurückkommt, normalerweise. Ich muss die ganze Scheiße wieder zurücklaufen, ey. Ach man, das hasse ich doch, ey, sowas. Ich muss ein richtiges Massaker stattgefunden haben, da liegen so viele Leichen rum. Hm. Hm. Ich hab schon mal gesagt, dass ich Jump und One Spiele hasse. Ja. Sooo, haben wir alle Missionen. Ja. Und dann bringen wir sie mal zurück. Dann liefern wir sie mal ab. Jetzt sind natürlich die ganzen Viecher wieder nachgespawnt. Äh, rechts rum. Jetzt hab ich da eigentlich für Waffen aufgenommen. Ach, die kann ja auch was erfordern. Das ist Level 13. Der Vorteil ist Level 10. Nasty Raptor. Vergleichen mit dem Ladyfinger. Ja. Er macht mehr Damage. Er macht mehr Damage. Bumschweider. Macht mehr. Bumschweider. Hallo. Hey. Hab? Habt ihr doch grade gewechselt? Die Waffen! Und wir haben da. Bumschweider. Ähm. In dem? In dem? Bumschweider. Hier, ich bin ja auch. Ich bleib mal bei der, die hat auch ein großes Magazin. Oh, das hat weh getan. Ich bin wieder völlig falsch gelaufen. Das darfst du keinem erzählen, ey. So. Du musst einfach nur weglaufen, der verbrennt ja dann schon von alleine. Volltreffer! Ein Medikett. Oder der Ampule. Ich hoffe... Ich hoffe, ich krieg die scheiß Karre weg. Ich komme bald, ey. Das nervt mich. Das nervt mich richtig.